Anni Weber. Hi. Danke. Entschuldigung. Er ist ja wahnsinnig. Eine Frage habe ich ja vorweg. Sind Sie verwandt mit Bernhard Wilhelm? Mit dem Modezocker? Nee. Vielen Dank. Sie kennen sich von du aus? Oh, das finde ich toll. Ich meine, ich finde, Männer sollten sich ja auch ein bisschen um ihr Aussehen kümmern. Also nicht ganz so exotant schminken oder so. Also ein bisschen Abdeckstift und so. Ich bin aufgeregt. Ich meine, Sie brauchen das auf gar keinen Fall. Sie haben ein Macro-Routre und ausdrucksvolle Augen. Wimpern, meine ich. Ja. Dankeschön. Kommen wir zu Ihnen. Champagner? Ja, die liebe Frau. Ja, ein Champagner. Und der Herr? Ich bleib beim Wasser, danke. Vielleicht nachher zum Essen ein Glas Wein. Gern. Ja, Ihr Lebenslauf ist ja wirklich beeindruckend. Was? Ihr Lebenslauf. Mein Lebenslauf. Ich würde ja mein Online-Dating-Profil nicht gerade als Lebenslauf bezeichnen. Online-Dating-Profil? Nein, ich meinte schon Ihren Beruflichen. Schammer. Schön. Ich finde das komisch. Warum singt man eigentlich nicht mehr ohne Grund? Weil man das irgendwie merkwürdig findet. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.